Mh, guck mal ein Toast! Was fehlt denn jetzt noch? Mh, ah, ich weiß! Butter! So, frisch aus dem Kühlschrank! Die mache ich jetzt auf meinen frischen Toast. Lecker! Mh, Toast mit Butter! Verdammt, die Butter ist ja so hart! Die kommt direkt aus dem Kühlschrank. Jetzt ist mein Toast kaputt! Was kann ich da nur tun? Willkommen bei So geht das! Heute mal wieder ein Lifehack-Test. Und zwar testen wir diesmal, wie man angeblich Butter aus dem Kühlschrank besonders streichzart ganz schnell zu Hause hinbekommt. Angeblich braucht man nur so einen tollen Raspler. Und mit dem soll man dann die Butter raspeln, damit die quasi schneller kalt wird, äh, warm wird. Die ist ja schon kalt. Weil dadurch, dass sie quasi mehr Angriffsfläche hat, wenn man das alles klein rubbelt, dann kommt die Temperatur von draußen viel besser ran. Und, und, und. Und wir probieren das jetzt einfach mal. Bis jetzt ist noch nichts unten angekommen, Kinder. Immer noch nicht. Vielleicht ist die Seite zu groß. Ah, jetzt. Jetzt kommt es. Mh, Butterspaghetti, mein Lieblingsgericht. So, jetzt gucken wir mal, ob die sich dann auch super verstreichen lässt oder nicht. Man nehme einen Toast. Nehme sich so ein paar Spaghetti hier. Ah, so viel bringt das jetzt auch nicht, ne? Ja, doch, schon so ein bisschen. Also ich versuche halt gerade mit genauso viel Druck zu streichen, wie ich das gerade auch schon gemacht habe. Sonst wäre das ja verfälscht. Aber doch, es geht schon besser. Es geht ein bisschen besser, aber ganz ehrlich, äh, macht sich denn die Mühe. Und guck mal, was für eine Sauerei das ist, ne? Guck mal da rein. Du musst das ganze Ding sauber machen. Das ist komplett fettig. Gerade für Studenten, die keine Spülmaschine haben. Das ist der absolute Horror. Also ganz ehrlich, Leute, dann nehmt euch lieber ein Stück und lasst das zwei Sekunden draußen liegen. Packt es in die Mikrowelle oder in den Backofen, bevor ihr sowas macht. Außerdem werdet ihr so nie die richtige Menge dafür haben können. Für dieses eine Brotding habe ich jetzt so ein bisschen Butter gebraucht. Dafür ist aber das ganze Ding dreckig und hier ist noch ganz viel drin. Ihr könnt also nicht so viel hobeln, wie ihr braucht, sondern macht immer direkt die halbe Butter da rein. Also ich halte das für absolut schwachsinnig. Das finde ich besonders, weil ich eigentlich überhaupt keine Butter esse. Also warum wollte ich mir eigentlich ein Butterbrot machen? So. Butter. Das ist echt eine Scheiß-Sauerei hier, ne? Ich bin auch nicht der Butter-Fan, so muss ich ja sagen. Ich bin auch nicht sponsorship. So. Ich bin natürlich drinnen.